Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um das Asus Rockstrix Scar 3 G731 GW Gaming Notebook. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Laptop für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon Angebot zum Notebook unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Fangen wir doch zunächst einmal mit den Vorteilen von so einem praktischen Laptop an, im Vergleich zum stationären PC. Letzterer gibt dir nämlich mehr Power zu einem günstigeren Preis, aber bei einem Notebook hast du eben den großen Vorteil, dass du es transportieren kannst. Du bist also viel flexibler, kannst im Zug, in der Uni, bei der Freundin, bei der Familie oder wo auch immer, das Gerät verwenden und das solltest du dir einfach merken, weil wenn du zu Hause immer an derselben Position arbeitest oder spielst, was auch immer, dann würde es in meinen Augen mehr Sinn machen, dass du dir einfach einen Rechner kaufst. Aber wenn du wirklich flexibel und viel unterwegs bist, dann ist so ein Laptop hier schon eine sehr gute Wahl. Bei diesem Exemplar gefällt mir insbesondere das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Ich bin der Ansicht, dass du hier gute technische Komponenten zu einem fairen Preis erwerben kannst. Gar keine Frage, das soll natürlich jeder Laptop-Freund für sich selbst beurteilen, das sind hier nur meine Tipps und Ideen zum Gerät. Auch das optische Design vom Notebook gefällt mir hier wirklich ausgesprochen gut. Hier wurde sich wirklich Gedanken gemacht, ein ordentliches Produkt zu entwerfen und das würde ich hier auch nochmal als kleinen, aber feinen Vorteil anmerken. Aber gar keine Frage, die technischen Funktionen stehen natürlich im Vordergrund, sowie auch die materielle Qualität und ich bin der Ansicht, dass diese Aspekte im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis hier wirklich überzeugen können, weswegen ich für diesen Laptop in der Tat auch an dieser Stelle eine Kaufempfehlung ausspreche. Das Amazon-Angebot zum Notebook werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass ich dir mit diesem Ratgeber weiterhelfen konnte und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, Ciao!